Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports. Da ist er wieder, der stark alte Mann aus dem Internet. Ihr seht es, draußen, das heißt Strongman Training. Zweite Mal diese Woche. Manchmal klappt es dann doch. Was mache ich heute? Ratet mal, treppbar oder hexbar. Ist halt so ein bisschen Ersatz fürs Autokreuzheben. Ist nicht hundertprozentig das Gleiche, aber kommt der Sache doch relativ nah. Warum tue ich das? Ich möchte dieses Jahr wirklich ein bisschen breiter trainieren und die Übungen abwechseln. Es ist halt so, es sind viele Disziplinen und alle sind ein bisschen spezifisch in der jeweiligen Richtung. Und ja, ein kompletter Adelaide werden. Versuchen wir mal das Beste draus zu machen. Jetzt sind 145 Kilo drauf, das heißt die dicken Scheiben sind 60er. Ist ungefähr 10 Zentimeter erhöht gegenüber einem normalen Kreuzheben. Schauen wir mal, wie es läuft. Bleiben Sie dran. Ich habe euch ja schon mal den Mini-Deadlift-Jack aus dem Strangshop gezeigt, beim normalen Kreuzheben. Dieser funktioniert auch bei einer Hexbar ausgezeichnet. Mit ein bisschen Tricksen, okay, ich gebe es zu, aber es funktioniert. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Hexbar damit aufgebockt. Wenn der wieder verfügbar ist und ihr braucht so ein Ding, schlagt zu. 60 Euro mit Code Brocken 5, das ist nochmal 5% Rabatt. Ihr seht es ja, multifunktional einsetzbar, platzsparend, absolut super. Und ihr könnt ihn auch mal mitnehmen, wenn ihr zum Beispiel ins Studio geht oder sowas. Passt auch mal in die kleine Sporttasche. Ja, 265 x 3, 145 x 5, alles ohne Zughilfen und ohne Magnesia. Ja, schon mal ein guter Anfang. Ich werde jetzt wahrscheinlich kleinere Schritte machen, weil ich keine 60er Scheiben mehr habe, natürlich. Sonst würde ich weiter so machen, klar. Ich glaube, jetzt machen wir 2,95 beim nächsten Mal. Und dann noch kleinere Schritte. Aber ich will auch mal gucken, wie gesagt, wie leid ich ohne Zughilfe komme. Weniger Griffkraft auch mit. Wie gesagt, heute muss ich auch mal wieder ein bisschen die Referenz festlegen, damit ich halt einen Ausgangspunkt habe für die nächsten Wochen. Ich muss mir das alles mal aufschreiben, glaube ich. Wäre vielleicht hilfreich in meinem Alter. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann geht ihr jetzt nach unten, liked das, kommentiert das, schaut in die Videobeschreibung und abonniert diesen Kanal. Ganz wichtig. Vielen Dank dafür. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe ja gerade gesagt, es ist ungefähr 10 Zentimeter. erhöht, nicht ganz, es sind nur 8. Ich habe hier die Gewichtheber-Schuhe an. Die haben ungefähr so 2, 2,5 Zentimeter Hacke. Aber dafür läuft es eigentlich ziemlich gut. Und ja, klar hofft man immer mehr, aber 3x2,95 ohne Zughilfen ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Mal gucken. Jetzt werde ich mal 315 draufpacken. Und mal schauen. Die Handflächen brennen schon etwas und sehen schon lustig aus. Aber da muss die Haut durch. Auch die will trainiert werden. Generell bin ich mal gespannt, wie weit ich heute komme. Ich glaube, mein absolutes Max in der Hex war so wie 3,75. Schlagt mich, wenn ich lüge. Ich bin mir wirklich gerade nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich echt mal ausbuddeln. Dass ich mir sowas auch nie aufschreibe. Ah, verdammt. So, jetzt wissen wir schon mal, wo mein Strapless Max ist. Bei ca. 315. Linke Hand ist ein bisschen gerutscht. War gerade noch so durch. Knappes Ding. Aber ich denke mal, ja. Irgendwie war ich nicht so hundertprozentig konzentriert auf die linke Hand. Schwachpunkt. Da werden wir dran arbeiten. Bin aber trotzdem ziemlich zufrieden. Ich mache nachher noch ein Hold zum Schluss. Jetzt werde ich aber die Straps benutzen. Die Zughilfen. Natürlich die von God's Rage. Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Code Brocken 10. Gilt ja Geld sparen. Ja, und dann schauen wir mal. Dann mache ich jetzt erstmal 3,35. Ich bin überlegen, ob ich heute einen neuen PR-Versuch mache. Also PR sind tatsächlich 375. Allerdings ohne die Matte und ohne die Gewichtheber-Schuhe. Also gute 4 bis 6 cm höher. Das macht schon ganz schön Unterschied. Mal gucken, wie es noch läuft. Da habe ich gerade was von einem PR-Versuch gefaselt. Boah, ich weiß nicht, ob das was wird. Das waren jetzt 335. Das war schon schwer. Da merkt man dann doch, dass man nicht mehr ganz so viel erhöht hebt. Ja, weil 8 cm und sonst waren es 14 cm ist dann doch schon ein kleiner Unterschied beim letzten PR. Aber nun gut, es ist wie es ist. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden. Ich werde auch noch versuchen, was draufzupacken. Aber mal gucken, wie es läuft. Ja, das waren jetzt 355. Das hat sich auch schon echt sehr, sehr schwer angefühlt. Das Lustige ist, auf dem Video sieht es immer viel leichter aus, als es sich anfühlt. Aber nein, das war wirklich schwer. Und ja, ich glaube mit den schweren Sachen lassen wir das heute. Also ein PR wird es nicht. Was aber auch nicht schlimm ist. Wie gesagt, es ist eine ganze Ecke anders von der Höhe. Weil ja, ich habe die Matte drunter, ich habe die Gewichtheber-Schuhe an. Das hatte ich sonst nicht. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich bin auch um einiges leichter, als wo ich eine PR aufgestellt habe. Ich glaube, da habe ich noch so um die, keine Ahnung, 160 gehabt. Jetzt wiege ich 145, 146 Kilo. Und auch da sieht man wieder, es ist nicht so schlimm. Wenn man ein bisschen Gewicht verliert. Ich habe es auch ewig nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Mit der Hexbar. Ich werde jetzt aber trotzdem noch mal gucken. Vielleicht eine kleine Serie ziehen und dann noch einen Hold machen. Und dann war es das mit der Hexbar für heute. Weil die Griffkraft muss ja wachsen. Deswegen halte Arbeit, halte Arbeit, halte Arbeit. An den Schwächen arbeiten. Nicht jammern, besser werden. Und dann war es das mit der Hexbar für heute. Freunde, jetzt habt ihr es gesehen. Die linke Hand ist ganz schlimm. Rechts geht eigentlich. Aber die linke Hand rutscht sofort. Wir sind jetzt 265 Kilo gewesen. Dass ich damit keine Rekord aufstelle, war mir klar. Aber ein bisschen mehr als 5 Sekunden hätte ich mir schon erhofft. Aber wir wissen mal, woran wir arbeiten müssen. Vielleicht auch ein bisschen bei Magnesium. Aber hier, Hand ist jetzt schon schön rot. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und ja, wund. Aber hier hat auch ein Dreier mit 315 Kilo. Noch zweimal ein paar Sekunden Hold mit 265 Kilo. Wenn man das so nennen darf. Ja, reicht für heute. 355 Kilo Top Single. Bis 3x 295 Kilo ohne Zughilfen. Ja, die Referenz steht. Jetzt bauen wir drauf auf. Und ich muss mir jetzt echt eine Liste anlegen. Also lernt aus meinen Fehlern. Schreibt euch die Sachen auf, damit ihr eure Referenzpunkte auch weiter dann griffbereit habt und wisst, wo ihr steht. Das war es für heute. In diesem Sinne wünsche ich euch weiter viel Spaß beim Sport. Bleibt gesund. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Rock'n'Roll.